Ich bin Ina, ich mache hier eine Ausbildung zur Fleischerei-Fachverkäuferin. Das sieht aber alles super aus. Ich mache am Wochenende mit den Jungs eine Party. Kannst du uns irgendwas empfehlen? Ja toll! Am besten nehmt ihr einfach hier die Hackbällchen. Die könnt ihr warm oder kalt essen. Einfach ein bisschen Salzadick dazu. Schmeckt auch gut zu eurem Bier. Und falls du vegetarische Freunde hast, dann haben wir hier noch was mit Karotte Mozzarella. Kommt doch einfach mal mit, dann zeige ich euch, was wir hier Tolles machen. Sag mal, Floriano, was machst du da eigentlich? Ich bin gerade am Auslösen eines Schweinehändlerschickens. Dabei sollte man besonders darauf achten, dass man sauber und ordentlich arbeitet. Dass wir so viele wie möglich davon verwerten können, weil dafür ein Tier sterben musste. Weshalb hat man so einen Handschuh da an? Der Handschuh ist zur Sicherheit, da man bei solchen Arbeiten mit sehr scharfen Messern arbeitet. Und weil die Sicherheit das höchste Gebot, deswegen sollte man immer darauf achten, dass man ausreichend geschützt ist. Hey, da bist du ja wieder. Wusstest du, dass wir in unserem Handwerk überwiegend regionale Produkte verwenden? Mit was hast du da sauber gemacht? Ich hatte jetzt hier Desinfektionsmittel, weil in unserem Beruf die Hygiene sehr wichtig ist. Damit viel mit dem Essen für andere Menschen zu tun haben. Ich muss mir immer das zählen, dass alles frisch und sauber ist und dass keine Menschen dadurch krank werden sollen. Ich kam über das Kaufen, die Metzgerei, einfach weil ich wissen wollte, wo mein Rohstoff gleich herkommt. Und was mir auch sehr gefällt, ist das Beraten der Kunden. Und das kann man am besten, wenn man sich auch mit Trends auseinandersetzt, da immer offen aus dem Stand bleibt und die so bestmöglich beraten kann. Und was machst du da Interessantes? Hey Johannes, ich schneide gerade das Schweineachse zu. Ich muss mal schauen, was man mit Gutes anfangen kann, um die dann später schön wertvoll zu verkaufen. Und was wiegt so eine Schweineachse? Das würdest du schätzen ungefähr mal. Vielleicht so 1470 Gramm? Oh, interessant. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gesagt, aber schauen wir mal, was die so wiegt. Okay. Wie ist das eigentlich bei euch mit dem Verdienst? Ja, also die Auszubildenden, die anfangen, die kriegen alle einen tariflichen Betrag. Aber die Meisterchefs sind sehr bütig und bezahlen mehr. Und ab und zu kriegst du auch noch ein paar Zusatzleistungen. Hallo, ich heiße Stella, mache im Moment meinen Metzgermeister in der Handwerkskammer Rhein-Main, hier in Walterstadt. Habe mir ja vorher meinen Verkaufsleiter absolviert und mache meinen Meister, um später für mehr Regionalität in der Metzgerei zu stehen und mich fürs Tierwohl einzusetzen und natürlich um die Jungs in meiner Firma rumzukommandieren. So, Janis, ich habe dir schon mal einen Teil zusammengepackt. Wenn ich mit meiner Ausbildung zur Fleischreifachverkäuferin fertig bin, dann gibt es richtig viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel meinen Verkaufsleiter machen oder sogar Metzgermeister werden. Oder ich kann auch meinen Fleischfemilien machen und danach auch noch meinen Triteur. So, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Party morgen. Schön, dass du da warst. Super. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mal einen Tag, einen Einblick in der Metzgerei zu haben. Ich habe gesehen, wie vielfältig es ist und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön. Ein schönes Wochenende. Ja, bis dann. Tschüss. Und wenn du auch Lust auf diesen Beruf hast, dann bewirb dich doch einfach.